hi und willkommen mein name ist bro nero lp und ich bin mir begrüßt nicht zu groß letzt mal haben wir ein geheimnis hat geschafft und auch noch wir sind in walverde wir müssen die region mit unserer feuerkraft stabilisieren go 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 stabilisieren zwinker zwinker machen wir alles platziert was war ein mechanisches wäre wahrscheinlich einfach der boss wird gnadenlos es war nicht so schlimm wieder neu was zum 2 der satan ich habe und ich kann mal rekordieren ja steht auch ihr kämpft für amerika oder stirbt einfach okay habe ich doch gesagt was wird umso schwieriger aber scheinen die gehen wir sind schon tot ich gerade schon tot stimmt hier nicht machst du noch einfacher das ist ja faul aber kann doch nicht mit dem finger drauf zeigen level abgeschlossen mein gott lebende geht auf und kämpft für amerika okay okay aber auch fahrer nein jetzt haben wir schon was macht dämon aliens ist doch egal wir machen das blatt genau wir töten ist einfach ja ich glaube es sind aliens dafür tot wissen wir sind noch was er wollte schon sagen da ist schon das hier ok ja 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 erst mal 30 schießen niemand kann so stellen mit dem schwäschchen also der typ der dynamit an sich angeöffnet hat ja diese verdammten die genauer aus ja ein bisschen mehr aus ja aber ja es sind tatsächlich weil die grüne grünschleim absondern noch bei uns ja 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 so kommt mit uns und du kommst mit uns und du kommst mit uns ich werde euch in einer flut ausbessert nicht getötet ich boxe einfach weg gott damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet ich war so unaufhaltsam was soll ich denn sagen nein ich hab doch kreis wir kommen vor allem den cutscenes dazwischen nicht ja wir haben wir auf Kürzung doch doch okay okay ja nein der hat mich erreicht das ist der teufel also erinnert sich nicht bei uns okay wir müssen die welt von aliens befreien muss ich glaube da kommt jetzt das postlevel war ein brauer für alter kann man jetzt an diese stelle wunderbar war eine gute idee gewesen und die schlüpfen aus den eiern also was ja jetzt kommen wir nach hause gehen warum hat dieses gebiet mehr level also nicht ich bin gar nicht darunter die sirene einfach zerstört wenn ich teile war alles dafür bin ich da mit da um zu töten ok das geht also doch gegen ja weil er noch haut und knochen oder knochen ich habe die schwarzen kann nicht alles gewesen sein wir können durch die türen schießen da war die offen ich glaube die war offen brauchen wir an ja gut ok jetzt müssen wir die truppen singen und dann den teufel ich bin vorhin den reingesprungen ja das ist eure die tut weh ja das ganz schön es ist so vielleicht einfach mal die abschießen nein vielleicht nicht ja ich habe erledigt und dann auch so das ist nicht aus dem weg aus dem weg aus musik sauer anlass also das ist das elfte gebiet gewesen solchen bis okay jetzt haben wir schade stiefen wie der außerirdischen auf einer mission zur säubung 8 replay von alien also jetzt haben wir also jetzt kämpfen wir gegen terroristen und jetzt gegen aliens so eigentlich plane erst mal erst mal die welt vor allem die nicht mit uns amerikaner sein wollen ja jetzt befreit mir die welt von außerirdischen ja 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 da sind ein paar vier ich glaube ich mal was man hier kommt hier raus aus den bingern glaube ich vorsicht vorsicht das ist ganz schön effektiv ja 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 haben wir sagen wir sind mehr durchstürmen ja was für mich da müssen wir hier machen den erledigen einfach mit gewalt ja da hinten lins tun weh warum sind er jetzt eigentlich immer so aggro was haben wir ihnen getan was haben wir ihnen dann noch nicht getan aber mach du mal dinge auf ich mache dir ja felsch sind themen arbeit hier weiter geht's naja ich bin vorhin den reingrass ok aber ja Drogen! Woh-woh-woh! Woh-woh! Woh-woh! Ge weg, weg, weg! Ge weg, ge weg, ge weg! Ge weg! Weg! ja ja was sie auf die nasse ich glaube du hast ihn verloren da muss weiter nach rechts ja der kaputt mann oder was machen wir auf danke da besser ziel 23 minuten ich habe eine schlafen war noch gleich wie schwer das wird ultraviolett das geheimnis von afrika berichtet von sichtungen illegale außerirdische einwanderer und den demokratur illegale außerirdische in afrika ja warum denn auch nichts 1 1 2 2 5 5 7 7 7 10 10 10 1 1 1 1 1 1 2 1 wir haben ein bisschen strategischer nutzen glaube ich ja 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 auch da gibt es nicht verschämt mal jetzt nach unten okay damit gerechnet ich nicht hier schnapp ich mir alle aber ich kann nicht an wie werden was 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 war und bummerang und ich kann nicht öfter einsetzen und da bin ich weg oh my mom on your smell that okay okay das war vielleicht meine schuld auch schon kam ja ich will lieber dadurch sind keine stache kann man da überhaupt schnell genug durch aber nicht dadurch ob ich noch niemals drüber o w ja 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 muss man jemand hat die linken die ab aus dem weg heute wenn auch von aufgespiegst warum wollte ich sagen also kann man dadurch ich weiß ich kann ich widerstehen man könnte da wieder stehen ich geh furcht nicht oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott ich habe mich einfach gesurft mit dem ding auf stein ja und aber nicht ich gehe mal hier oben lang da unten ist mir ein bisschen zu gefährlich wir sind da ja okay ich bin gerade konzentriert ich habe mir meinen eigenen weg ja genau ich gehe mal weiter hier lang guck mal da ist ja schon am ende das war doch schön entspannend ja sehr cool das ist noch eine wollte ich sagen sein ja natürlich kann ja schnell genug noch oh danke wir kommen ja eine menge leben ich wollte schon sagen lande wow das war entspannt konan der baba bekannte für den aliens zu kämpfen noch ein stein einer dieser steine da wird kein leichter sein steinig und schwer ja au oder warum aus aber wie steinauch wir können ein töten ja musst du mir nicht sagen und passt auch auf die stacheln auf sie können auch ein töten dass man luftschlag einen von ihr kommt bestimmt an der granate gegen die birne geworfen ich komme nicht durch hahaha was zum dieser buchstück ist geglitscht ich glaube da solltest du nicht sein jetzt noch ein freund mit ja oh hallo da warst du noch da noch wie viele kommen denn da doch aber gut sein auf mit der kiste auf dem kopf war ich brauche mein bogen aber ich brauche mal danke der teil hat sich in meinem gesicht fest gewissen und wenn man neue raus aus dem weg na super ja soweit kannst du einen kopf nicht unterpacken ja das sieht mir nach bost aus ok der schlechte atem ab sie ist ja sie müssen die zähne putzen meiner manche kreuz na ach ja es wäre sehr effektiv gegen metall hey ich bin agent jay ich bin so langsam ja das drückt uns weg das ist der grund ich war die ganze zeit runter ich komme nicht voran 9 sagte werden die dachte auch dass wir hätten und eigentlich will ich jemand sein hast du auch nicht das ist schon besser ist das team das regelt der letzte nach warum da hat er sogar dahinter noch getroffen ich glaube wurde vom stein zerquetscht aber wenn man sagen ich dadurch quetschen habe die granate dadurch geschossen auch gott war vom stein zerquetscht ich habe mir ja runter Oh mein, ich habe keinen Schaden. Nein. Aber wir sind drei Leute, alle so tot. Sie sind alle tot. Aber da macht keinen Schaden bei dem. Noch? Wir geben Schaden zu. Bei mir nicht. Hm. Ja. Ja. Oh, was soll ich mit der? Kann ich nicht treffen? Oh. Was? 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 Ich habe gesehen, ein Stein. Ah, der ist gut. Oh, der Brot. Oh, äh. Ja, wie heißt die? Genau. Hey, bist du Bill? Ja. Ah! Das war easy. Ich habe Bill getötet. Nein. Komm schon, Mann. So weit, ey. Bei mir ist der Stein gerade voll auf sich drauf gefallen. Ja, super. Jetzt haben wir zwei. Moment. Ich habe die Idee. Guck mal. 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 Ich habe ihn einfach kaputt gebroxt. Oh, der ist das Herz. Ich habe das Herz kaputt. Ich komme ja nicht rein. Was? Oh mein Gott. Du bist bei mir ja voll am rumglitschen. Das war, das konnte ich auch gerade von dir behaupten. Aber hey, wir haben es geschafft. Bei mir hat er irgendwie noch mal. Bei mir hat er noch irgendwie so ein Drittel AP gehabt. Also bei mir war es so. Ich habe die ganze Zeit ins Maul geboxt und dadurch ist er kaputt gegangen. Okay. Okay. Das hat er irgendwie geschafft. Ja, da unten. Wir müssen nach unten. Ja. Wir haben 44 Minuten. Ja. Da gehört ja schon mal in Richtung der nächste. Wir haben spontan entschieden, nächstes Mal weiterzumachen. Das war's, ne? Gut. Okay. Dann sage ich, tschau und bis zur nächsten Folge. Ja. Tschaui.